Der große Wurf. Davon träumt Max Hopp in diesen Tagen. Er ist amtierender Jugend-Europameister und jüngster Sieger eines Weltranglisten-Turniers aller Zeiten. 16 Jahre ist er alt und hat Nerven wie Drahtseile. Nichts bringt mich aus der Bahn. Wenn ich ein Ziel habe, dann möchte ich das erreichen und dann tue ich auch was dafür. Und ich bin verdammt nervenstark. Also mich bringt so leicht nichts aus der Ruhe, ob im Publikum ein paar Leute grölen. Als er im Herbst die Nummer 10 der Welt, Terry Jenkins, sowie den Weltmeister von 96, Steve Beaton, besiegte, da staunten selbst die ganz Großen des Sports nicht schlecht. Max ist etwas Besonderes. Er ist ein richtig guter Spieler. Er hat zwei Weltklasseleute in einem Turnier geschlagen. Der ist wirklich gut. Hier im Kinderzimmer hat alles begonnen. Da war Max zwölf und warf stundenlang Darts. Mit 13 dann schon sein erster größerer Erfolg bei den Junioren. Mittlerweile spielt er Turniere in ganz Europa. Die WM natürlich der Gipfel seiner bisherigen Karriere. Dafür hat er sein tägliches Trainingspensum gezielt erhöht. Da muss man auch gucken, dass man schon fit ist. Dass man einfach auch wirklich sagen kann, ich kann jetzt sechs bis sieben Stunden stehen, trainieren, dabei schwitzen. Das ist egal. Ich kann das. Und dann fühlt man sich auch sicher auf der großen Bühne. Dort hat sich das Ausnahmetalent ja schon den ersten Respekt verschafft. Die Namen Max Hopp haben sich die weltbesten Profis gut eingeprägt. Diesen Teenager müssen sie auf der Rechnung haben. Er wird sich bei der WM gut schlagen. Seine Gegner werden ein paar schlaflose Nächte haben. Die haben Angst. Max Hopp hat keine. Der Junge aus dem hessischen Itstein kann bei der WM in London nur gewinnen. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung will er irgendwann Profi werden. Ein durchaus realistischer Traum.